Seid willkommen! Ihr steht vor dem ersten Turm. Wir sind das Torwächter-Trio. Wollt ihr diesen Weg beschreiten, Reisende, dann müsst ihr auch einem von uns euch stellen. Ihr müsst eure Fähigkeiten in einer Prüfung beweisen. Genau, und sie wird echt voll schwer. Jawoll! Demkurt, darüber haben wir doch schon geredet. Rotkurt ist derjenige, der sich, der die Besucher einschüchtert. Menno, wieso darf ich niemand wen einschüchtern? Wohin, es gibt noch viel zu bedenken. Die Schwierigkeit unserer Prüfung unterscheidet sich. Den Schwierigkeitsgrad kannst du selbst auswählen. Von ihm hängt auch die Prüfungsgebühr ab. Jawoll, ihr müsst uns zahlen. Gebt uns alle eure Münzen. Klappe, Gelbkurt. Ihr müsst eine gute Kenntnis eurer Fähigkeiten haben. Nur so werdet ihr die rechte Prüfung wählen können. Wisstet, dass ich Rotkurt, der ich mit euch rede, einen mutigen Geist mit dem zögerlichen Fortzieher. Seid ihr bereit für die Prüfung? Aber hallo, los geht's. Sehr gut. Zuerst jedoch müsst ihr üben. Fragt an, indem ihr die Regeln kennenlernt. Nur zeigt, wie es um eure Fähigkeiten steht. Damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eddardom zu einem neuen Part. Wolfram Powerlice Mega-Mix mit dem Zwergenfürst. Ich habe es wirklich nicht mehr gespielt. Ich glaube, das spiele ich jetzt nur noch alle drei Monate, jedes halbe Jahr einen Part. So ist das bei mir irgendwie mit diesem Spiel. Es kommt sehr, 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 sehr unregelmäßig bei mir. Also, starten wir das Spiel. Schnipse die Münze hoch und fangen sie wieder auf. Ich glaube, das kriegen wir hin. Mal sehen, wie oft hintereinander du sie fangen kannst. Sehr gut. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Es ist ein Rhythmus-Spiel. Ach nee, steht ja nicht im Titel. Es geht darum, den Rhythmus zu beherrschen. Wenn ihr nicht Bescheid wisst, guckt die ersten zwei Parts. Das ist mittlerweile der dritte Part. Oh wei, bin nicht weit gekommen. Ab jetzt musst du ganz alleine zählen. Oh wei. Oh je, Minet. Zack. Och nö. Wie soll ich das denn schaffen? Vier, Fünf, Sechs. Zack. Och nö. Ich bin so schlecht. Zack. So geht's. Perfekt. Gut gefahren. Und jetzt wird's ernst. Habt ihr erfasst, welche Art von Aufgabe vor ich legt? Dann ist es an der Zeit, dass ihr eure Prüfung ablegt. Wählt also, wie weit reicht euer Können. Ja, jetzt haben wir hier den gelben, gelbkort. Den blauen, blaukort. Den roten, rotkort. Minzwurf heißt das Spiel. Bei gelbkort kostet das ganze pro Spiel 15 Münzen. Bei blaukort pro Spiel 8 Münzen. Und bei rot kurz pro Spiel 4 Münzen. Das ist halt die Schwierigkeitsstruktur. Bei ihm ist es am leichtesten. Bei ihm ist es am mitlasten. Das Wort gibt's gar nicht am mitlasten. Bei ihm ist es am schwersten. Dann dürfen wir uns halt auswählen. Entweder wir bezahlen am wenigsten und nehmen das schwerste. Wir bezahlen am meisten und müssen dafür nicht so viel machen. Mit den Münzen habe ich dann 16. Okay. Ich würd's gern mal im Mittel probieren. Weil das kann ich wenigstens noch einmal verkacken. Äh, versuchen wir's mal mit blaukort. Willst du bei diesem Torwächter für 8 Münzen die Prüfungen ablegen? Jep. Los geht's. Jetzt muss ich davon lächeln. Das ist erstmal die Übung. Los geht's. Drei. Ah. Schon verpackt oder was? Ne, ist nur die Übung. Zack. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Nicht so viel moderieren. Sondern konzentrieren. Konzentratione. Zack. Gut gefangen. Jetzt wird's ernst. Auwei. Fünfzehnmal bist du des Wahnsinns. Zack. Zack. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Zack. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh. So ein Leben habe ich noch. Sechs haben wir schon. Komm das schaffe ich. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d... Zack. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Das ist schwer. Komm, zehn. Fünf schaffe ich noch. Zack. Zack. Puh, zwei noch. Ach, nö. Was? Ach, nö, komm. Ach, nö, dafür habe ich jetzt... Ah, Geld ausgegeben. Den kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Dann versuchen wir es noch einmal. Los geht's. Zehn mal fangen. Ach, wei. Ich muss bei den anderen dann noch häufiger fangen. Oder habe ich dann weniger Leben. Puh. Durchatmen und los. Ach, nö. Ach, nö. Konzentriert nicht, Junge. Ach, ist doch nicht möglich. So, jetzt muss ich erstmal wieder Münzen finden, weil... Ich habe dann wieder null Münzen. Jetzt... Und dann wieder zurück hier. Die ganzen Spiele nochmal machen. Und dann halt... noch ein paar Münzen dazu kriegen. Am besten, die halt in Gold schaffen. Vielleicht kriege ich die ja hin. Kann ich das gleich mal machen. Oh wei. Mal schauen, ob das noch reicht. Na. Ja. Super. Sogar Gold. Da kriege ich drei Münzen für. Acht sollten wir schnell zusammen haben. So, welche Spiele nehmen wir als nächstes? Hier, das Rupfen, Rhythmusrupfen, das fand ich ganz lustig. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. zack 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 naja gold wird es nicht mehr was doch super so einatmen ausatmen und los zack 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 kurz mal wir haben uns das jetzt ein weichen angeschaut diese prüfung scheint euch schwierigkeiten zu breiten kann passieren das spiel sollte euch aber eigentlich spaß machen wir haben gesehen dass ihr so erwärmlich seid die prüfung nicht zu verstehen nach dem dritten versuch deshalb lassen wir euch das tor passieren aber das ist echt eine große ausnahme glaube ich nicht hey blau kurz was redest du denn da an jedem versuch verdienen wir eine menge münzen geld kurz schuldigung kein problem wir sind keine monster und das hier soll ja wirklich spaß machen aber vergesst nicht ihr solltet besser bereit sein wenn wir uns das nächste mal begegnen das ist alles für den moment viel erfolg auf an reise es ist zeit für euch vom tauberichtertrieb abschied zu nehmen dann können wir nach etlichen kläglichen versuchen endlich durch das tor hindurch hallo ich bin's wieder mal der liebe schlängli wollt ihr mit freundin etwas spaß haben ja dann besucht doch mal die meisterbahn tippt die runde scheinfläche auf dem touchscreen an schon seid ihr dort allein oder mit freundin haut mal rein sie hat neu geöffnet bis denne nein werde ich nicht machen ich will erst mal die story zu ende bringen und dann gucken wir weiter irgendwann in zwei jahren wenn ich dann den übernächsten part bringe also bis in einem halben jahr wenn dann part 4 kommt also so weiter geht es dann im nächsten part bis dahin gehabt euch wohl gebt diesem video ein däumchen nach oben solltet es euch gefallen haben wenn nicht dann halt eindeutig nach unten soll mir auch recht sein habt noch eine angenehme kostenliche zeit lasst vielleicht ein abo da wenn ihr neu auf dieser kanalseite seid und ja kein weiteres video mehr mit mir verpassen wollt ja haut rein ciao ciao auch ja 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 Bis zum nächsten Mal.